ARD Text im Auftrag von Funk Drei Banditen und ich kriege die Nachrichten jetzt schneller, je nachdem welche Aufgaben die machen. Das ist eine geile Einstellung. Und ich würde sagen, wir gehen rein. SG Hackern plus Hello. Wir teilen uns sogar die Aufgaben. Wallah. Drei Banditen ist ja komplett busted. Wir sind in zwei Sekunden fertig. Du musst eigentlich die ganze Zeit ballern, nicht genug. So schnell sind wir jetzt auch nicht. Ja doch, wir haben die Hälfte schon durch. Was? Was, die Hälfte? Ja doch, wenn ihr jetzt mit euren Aufgaben gleich fertig seid, ist die Hälfte. Ja, ich geh grad rum. Ich geh grad Wodka. Okay. Wir sind ja ultra schnell. Entspannt euch mal, Girls. Nee, du hast doch zehn Schlüssel. Also Girl, das war ja... Also Girl! Das war ja sowas von offensichtlich. Das war ja sowas von... Oh, wir sind doch keiner Scheißer, hä? Jürgen, die Schaumfurt macht mich wahnsinnig. Verstehe ich gar nicht. Du bist nur ein bisschen hingerannt. Na ja, ich sehe mich. Jetzt hat er sich einfach verpieselt, ne? Ja, Gnu, ist ne geile Einstellung. Ich mach sowas von Speedrun. Vor allem, du musst... Allein, dass du ja auch immer... Erstmal zu den, äh... Post... Ne? Briefkästen gehst. Ja, ja. Erstmal hinrennen. Das sind ja auch nochmal zehn Sekunden Verzögerung. Also, das... Ist schwierig. Ja. Oh, no. Das ist wirklich frustrierend. Ich bin immer noch hier oben. Hallo. Jetzt reicht es. Ich habe das Aimen reingetickt. Ich kann doch mal weg. Wir müssen noch eine Aufgabe machen. Also, das... Ist schwierig. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse sie noch hat. Einige. Oh, Gnu, weiß ich nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, no. Ja, dann kannst du rennen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Doch. Bei Porta. So. Na gut, dann sind die Wahlen auch gestohlen. Oh, no. Oh, direkt vor deiner... Direkt vor deiner Nase einfach. Äh, du Opfer. Oh, man. Nochmal. Vielleicht... Vielleicht... Ja, was machen wir? Ja, vielleicht. Die Aufgaben vielleicht ein bisschen länger machen, oder? Ja. Die Aufgaben auf jeden Fall länger. Dann sind wir nicht so schnell durch. Ihr kleines Schweinchen. Let's go, meine Freunde. Aber was hast du eingestellt? Oh, Leute. Jetzt ist Gnu... Jetzt Gnu Sheriff mit Hanno und wie bei der Bandit? Ja, aber was hast du eingestellt? Zehn Schüsse. Zehn Schüsse. Aufgaben dauern ein bisschen länger und ein paar mehr Aufgaben. Also, Hanno, das müssen wir jetzt schaffen. Ja, aber... Ich bin ja jetzt extra zu Gnu gegangen, damit's einfacher wird. Ja, das ist doch gut so. Gut. Also, das schaffen wir jetzt. Alles verflucht. Ich könnte brechen. Eigentlich könnten die uns auch eine Tommy Gun geben, oder? Alter. Junge, Quadfeet. Oh no. Das gibt's ja nicht. Alle tot. So. Eigentlich musst du alle erschießen, die Aufgaben machen. Ja, wer will Stress in meiner Stadt? Einfach nur alle abknallen, die Aufgaben machen, Hanno. Richtig. Oh no. Ich muss sagen, das macht nämlich Spaß. Leute, oh oh. Der Gnu hat gerade einfach eine Frau neben mir erschossen. Holy shit. Wo flirtet man mit dem Mädchen? Oh no. Egal, ich hab ja noch ein paar Schüsse. Bist du vielleicht gar wieder im Haus. Guck mal, aber eben war's so, dass der Briefkasten bei der Kirche anging, aber ihr habt im Norden um was gemacht. Ich glaub, es ist völlig warm. Ja, ja. Alter, Gnu. Gnu, das ist nicht ewig, ne? Muss ich denn meine Anzahl an Schüsse? Ja, gar nicht. Gar nicht. Ich muss es mitzählen. Oh shit. Oh shit. Okay, dann Konzentration, so. Er hat mit dem Mädchen geflirtet. Hat der Linke überall Leichen? Nee, nee, das ist nur die Hitze. Nee, hier wurde auch einiges umgebracht. Nur die Hitze. So, im Poststapel wurde hier rumgepuscht. Hmm. Hier, Keks. Okay, nicht beendete Barkeeper und hat mit dem Girlchen wieder hier geflirtet. Hier bleibt das ganze Dorf ausgelöscht. Ja. So. Mann. Okay, wieder zwei Aufgaben. Henne, wie viele Schüsse hast du noch? Hä, wie oft flirten die mit dem Mädchen? Nee, hä? Ich bin so verwirrt, es kommt viel zu viel rein. Ah, das sind ganz schön schnell, die kleine Racker. Zu zweit, ne? Oh, da hat sich gerade jemand umgezogen. Hast du das gehört? Ja. Da hat sich ein Schweinchen gerade umgezogen. Oh, oh. Wie dreist wollt ihr denn eigentlich sein? Nein. Ja. 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 Ja, 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 ja. Nice. Woran hast du das erkannt? Und? Naja, hier war die Posttafel. Und ich habe noch gesehen, wie hinten eine Person um die Ecke gegangen ist. Guck mal, der Truck, die am Eingang. Dann habe ich gehört, wer? Der da, der dritten. Dann habe ich gehört, dass jemand sich umgezogen hat. Ich wusste gar nicht, dass du das auch hörst. Da hinten also. Das war aber auch schon eine Weile her. Dann könnten die Arten schon alle wieder hier sein. All nichts. Also es ist einfach zu viel im Produkt. Ja, es sind einfach zu viele Leute. Nee, zu viele Nachrichten. Bam, bam, bam. Vor allem dann auch nicht beendete Aufgaben. Kommen dann auch noch rein. Und dann musst du dich ja noch darauf konzentrieren, die Umgebung zu beobachten. Oh no. Also eigentlich ist ein Denksport. Und dann können die auch wieder ihre Kleidung. Also einer hat ja die Funktion, dass er sich die Kleidung wechseln kann. Übrigens, die nicht beendeten Aufgaben sind mega gut für euch. Weil das sind die, die wir noch machen müssen. Ja, aber es gibt ja mehrere Orte davon. Aber die sind bei uns ja nicht abgetaggt. Das heißt, wir sehen ja gar nicht, welche ihr noch machen müsst. Ja. Okay, von der Bank. Und noch eine ist reingekommen. Auch bei der Bank. Aber zum Beispiel, wie kannst du denn gleichzeitig drei Sachen gemacht haben? Eine gute Frage. So, jetzt bist du dran, du Opfer. Knie dich hin, bete. Sprich dein letztes Gebet. Alter, redet uns drauf. Okay. Scheiße. Ich hätte mal gerne eine andere Mepp. Mit meiner Mucke im Hintergrund auch. Sprich dein letztes Gebet, du Schwein. Ja, stellt sich ganz sicher schön auf dem Hosenboden, Digga. Du möchtest wieder alleine sein? Ja, und dann die kleinere Mepp. Gibt es eine kleinere Mepp? Die muss es hier Kalle jetzt einstellen. Warum wechselt denn immer der Lobby? Das ist auch eine gute Frage. Na ja. Aber Mexiko Stadt oder Festung? Das war gerade die Festung. Die ist doch kleiner, oder? Klar nicht. Let's, let's fetz. Aber ich bin mal drauf. Alles mehr zusammengesquished. Ja. So, auf bist du Knoten oben. Jetzt bin ich gespannt. Das war für mich was Neues. Ja. Jetzt gibt es mal Pfeffermühlen-Action hier. Ja, alles klar. So. Doch, die ist übersichtlich auch, oder? Ja. Ne, es sind zwei Bereiche. Shit. Ja, gut. Viel Spaß. Ich zähle diesmal mit. Geile Muppe. Oh Gott, er hat sich ganz vergessen. Das ist so anstrengend. Die Mepp ist viel größer, oder? Meinst du? Ja, ja. Aber ich kenne die ein bisschen besser deswegen. Echt? Ja, das ist einfacher, die Bereiche einzuteilen hier. Da hat sich so viel Schlupflöcherchen für euch, kleinen Stinker. So, da wurde ja vielleicht... Ich hasse es, dass ich nur gehen kann, ne? Das regt mich richtig auf. Kann ich das nicht auch einstellen? Mit Sprinten wäre doch mal witziger. Wäre richtig geil. So, Medizin. Was soll die Scheiße? Ja, ja. Du hast halt zehn Schuss, ne? Also, wenn du einen Verdacht hast, kannst du instant draufschießen. Aber du musst doch nicht. Oh, no. Ich hab's dir jetzt... Ich hab's dir gesagt. Äh, genug? Ja. Geht's dir gut? Warum? Warum ist er jetzt so? Ich hab mich gerade durch dich durchteleportiert und du merkst es nicht. Nee. Ich dachte, das wäre ein Bug. Ich dachte, das wäre ein Bug. Oh, der Voice Crackle. So viel Steros. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Also, umso höher der Bekanntheitsgrad, umso schwieriger für den Sheriff, weil mehr Nachrichten reinkommen. Du, was soll das? Äh! Loll. War das jetzt random? Ja. Loll bei dir. Oh, was? Was? Jetzt musst du auch was. Ja, jetzt wird's... Jetzt ist ein One, We One. Wieso füttert ihr beide dieses verdammte Pferd, Mann? Wie dreist wollt ihr eigentlich sein? Also fünfmal hat er auf jeden Fall schon geschossen. Ja, auf jeden Fall. Alter, die Mugge. Jo, die ist benge. Mhm, also ist er da hinten. Oh, no. Hm, Maxi. Keiner Maximilian. Nein. Egal, ich hab noch drei Schüsse, glaub ich. Na dann. Ich hör nur so, wenn sie richtig anlegt. Hehehe. Okay, also hier in dem Bereich war erfreuen. Egal, ich hab schon zwei von euch getroffen. Ich bin so stolz auf mich. Hm. Naja. Du warst im Fort. In meiner Hood. Hä, ist nicht die ganze Map im Fort? Ja, bei mir wird ja der Standpunkt angezeigt dann. Hm. Auf der Map. Ah, okay. Also, okay. Dann ist im 1-1 natürlich bekannt als gerade ein Ding, ne? Also. Naja. Hm. Hm. Muss da jemand nicht nachher noch angeln gehen? Angeln? Ich glaub, da muss jemand noch angeln gehen heute. Wieso angeln? Ich bin Vanditen. Was ist denn jetzt los? Junge, die Sounds. Ach, das ist im Game. Ich dachte, irgendwer hat da sein Handy. Ne, ne. Das ist schon im Game. Ja, verrate ich mich damit ja mega. Ne, ne. Das kommt nicht für die Umgebung. Ja, aber wenn sie zum Beispiel wüsste, wo du jetzt bist, wo das Geräusch ist. Ja, gut. So, das ist schwierig. Ihr Armin noch eure Karotte in der Hand haltet. Wir wollten das Pferd füttern. Ich dachte, du lässt es vielleicht ab, wenn du Kalle erwischt. Dachte ich so, ja gut, dann kann ich ja jetzt weglaufen. Also, dann kann ich ja jetzt hierbleiben, weil... Willst du es wirklich machen? Oder lässt du es lieber sein? Ja, nein. Oh, oh. Bitte. Warte, jetzt hast du noch einen Schuss. Das hört auf. Das ist ja bitter. Okay. So viel Tote. Ja. Das ist schon tragisch. Mach mal eine Aufgabe jetzt. Spürst du? Ich schwöre, Digger. Na, Hanno, was machst du gerade so? Ich bin gerade am Angeln. Und sonst? Was hast du danach noch vor? Dann gehe ich zu so einem Typen und halte mir die Wache. Oh, es hat eine Aufgabe gemacht. Es? Ja. Es. Es. So, das mal gucken. Das ist ja spannend. Also, mit einem Mädchen geflirtet, hm? Ja, wie gesagt, ich angel. Ist denn schon Frühling? Oh, da hinten ist auch die Musik, ne? Okay. Wie viele Aufgaben hat Hanno noch? Einige, tatsächlich. Das hat noch ein paar vor sich, ja. Ist ja überall diese Mucke, ne? Da ist ein richtiger Fleischbeck da hinten. What the fuck? Was für ein Fleischbeck? Junge, ist das geil. Alter, die treten da nicht durch die Gegend ein. Na ja, macht ja ja Spaß. Tatsächlich, ja. Ja, das ist so. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nein, erzähl mal Also ich war schon im Nacken, weißt du, wie ich meine Naja Es geht besser Immer wenn ich nicht drauf drücke Dann passt hier, was lustig ist Es wäre geil, könntest du es so rückwirkend Ja, ich glaube, das geht sogar irgendwie Dass du irgendwie die letzten 10 Sekunden irgendwas raussnippen kannst Mann, das kann doch nicht sein Das gibt es doch nicht Ja Das Ding ist, ich kann es manchmal nicht auseinanderhalten Ich auch nicht Hast du wieder mit dem Mädchen geflirtet? Schwörst du? Ich schwör Jetzt helft mir mal Also du hast ja noch Du hast alle deine Schuss in den Sand gesetzt Außer zwei Und einige Aufgaben gibt es noch Wir hocken hier noch den ganzen Abend Wie der Arm da oben hängt von dem Ja, Mann Okay Ach, jetzt renn doch endlich mal Wie oft musst du das eigentlich noch machen? Was meinst du? Ne, sag nicht Naja, das halt Die eine Sache Nein Die eine Sache Gehe ich nochmal angeln? Ich sehe Gnus knobeltes Gesicht vor mir Ja Ich glaube, ich gehe nochmal angeln Ja, und sonst was machst du morgen, Jasmine? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht Richtig traurig, ne? Max, du hast nur noch eine Minute 30 Ja Schafft er das Zeitpunkt überhaupt? Und zwar manchmal laut as fuck Oh, ich hatte tatsächlich noch einen Schuss Dachtest du, das wäre der letzte? Mhm Du musst halt auch Äh, die beiden, die uns getroffen haben Die zählen nicht Weil du uns getötet hast Oh Achso Alter, du bist zu schlau Aber ist das wirklich wahr oder lügst du? Ja, das ist wahr Das ist wahr Okay, es heißt Klein Hanno ist gerade da, wo Musik ist Jetzt reicht's mir Wo Musik ist? Ich hab noch nicht einen Moment Musik gehört Der hat jetzt gerade gefressen Was ist gefressen? Der frisst doch nichts Hast du noch einen Schuss? Ich hab noch eine ganze Menge Mir ist alles tot Boah, ist ja krass, wenn du, wenn du einen triffst Und sich die Schüssel dann resetten, weißt du? Das wäre geil Hanno, bist du Männlein oder Weiblein? Wie fühlst du dich heute? Äh, ich kann dir ja mal einen Tipp geben Ich bin ein Männlein Okay Das ist schon mal gut Das ist wahr Bist du in meiner Nähe? Äh, nee Ich glaub, das war geloben Oh, nur noch 30 Sekunden Amina Tzatziki Hello? Ja Willst du noch mal schießen? Ja, wenn du dich vor mir stellst Das kannst du Ich steh doch neben dir Nein Er hat es nicht gesehen Nein. Na gut, musst du wissen. Das ist schwierig. Hinter dir. Nein. Rechts neben dir, vor dir. Hinter mir ist gar niemand. Na gut. Siehst du das? Ich mach jetzt meine letzte Aufgabe, die läuft. Ich bin im Holzhaus. Im Holzhaus. Das gibt's doch nicht. Fünf, vier, Arschloch. Hey, das ist mir vor die nächste Gefahr. Wer hat denn da gerade so geschrien? Das war dann ich. Wo warst du denn? Ähm, ja, am Angeln. Mann! Also wirklich angeln. Die letzte Aufgabe, die ich dir ganz angesprochen hab. Ich glaub, du hast drei oder vier Leute um Max herum abgeschossen. Die direkt daneben waren. Ist aber gut ruhig geblieben, ne? Unlucky. Naja, Leute. Wie viel Henno gelernt hat, seht ihr jetzt in der nächsten Folge. Und zwar bei ihm auf Hand of Uncut. Das ist die Wahl. Und jetzt raus. Und jetzt raus.